Was ist das? Was ist das? Alter, geht das ab, das ist wie... Aha, gut, alles klar. Ja. Ja. So ein Noob. So ein Noob. So, jetzt kommen wir wieder zum Kampf gegen Major Bob. Major Bob. Weiterkämpfen. Ja, weiterkämpfen. Aber diesmal speichere ich. So. Gut, jetzt, was nehmen wir? Also ich nehme auf jeden Fall mal... ...zuallererst... Ich nehme mal Noct-Chan. Und hoffe, dass ich mich damit nicht blamiert habe. Danach... ...ich hoffe mal, dass der jetzt dieses blöde Pikachu ausknockt. Ich nehme Onyx... Ich nehme noch Lavados, weil man kann nie wissen. Ich nehme noch Lavados mit, falls was schief geht. So. Jetzt aber... Ich habe gerade echt ein bisschen Respekt vor diesem blöden Kampf. Also... ...das ist schon hart. Also... Naja... ...kampf-Check... ...kampf-Check... ...ähm... Welch vorloser Blitzstart. Und hoffe, dass Rai-Chu nicht auch noch Donner lernt... Erlernen kann. Äh... Donner... Surfer. So. Erdbeben. Bitte mach ihn platt. Bitte mach ihn platt. Das gibt es doch nicht! Das kann doch nicht wahr sein! Ach, du Scheiße! Nein, komm, 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 wisst ihr was? Ich schlag nochmal direkt von vorne. So. Ab geht's. Das ist das Gute am Emulator. So, ich nehme jetzt als erstes mal Gengar. Trotzdem nehme ich Onyx und ich nehme nochmal Lavados. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Alter. Ey, der Kerl ist ja echt Hammer. Dieses blöde Pikachu. Dieses blöde Raichu. Dieses... Dieses blöde Vieh. Das ist doch nicht so. Ich bin gerade echt sauer. Das ist kein Scheiß jetzt, gell? Also... Ähm... Ich mach mal Hypnose. Ich hoffe einfach mal, dass das blöde Vieh einschläft. Danach mach ich Traumfresser und mach dem so Schaden. Bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh. Oh, man, 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 man. Hö. Hö. So gefällt mir das. So, bitte Hypnose. Bitte Hypnose. Bitte funktioniere. Scheiße, Mann. Ey, das ist doch unglaublich. So sieht es aus. Ein Böder Treffer. Okay. Okay. Ein sehr rasanter Kampf. Kampf. Check. Ich. Wie ist denn das? Elektro gegen Elektro. Ich werd's sehen. Was passiert jetzt? Ha, geil. Naja. Der Schaden hält sich immer verdammt in Grenzen. Direkt vor Molle. Donner. Ein guter Fahrrad. Oh, oh, oh. Sie schenken sich wirklich nicht. Das ist schon verdammt fies, gell? Dass ein Elektro-Pokémon gleichzeitig Wasserattacken lernen kann. Ach, na, endlich. So, jetzt pennt das blöde Vieh. Und bitte. Gut. Dankeschön. So, Traumfresser. Und bitte. Mach schön Schaden. Was ist das? Ja, doch. Geht ganz gut eigentlich. Bitte schlaf, bitte schlaf, bitte schlaf. Bitte schlaf. Schlaf. Ja. Gut, gut, gut. Diesmal ist der Kampf echt so ein bisschen intensiv. Muss ich zugeben. Das ist sogar so... Für mich ist es gerade sogar so ein bisschen spannend. Also... Aber so ist auch nicht schlecht, weil es ist wenigstens nicht so langweilig. Ah, fuck ey. Wieso stirbt es nicht? Das Gute ist, mein Gengar heilt sich noch nebenbei. Das gefällt mir ganz gut. Scheiße, wieso lebt es noch? Jetzt ist die Frage. Ich mach mal... Donnerblitz, weil... Und ich hoffe, dass es damit die letzten 14 KW abgezogen kriegt, weil ich echt nicht sicher sein kann, ob... Ein erneutes... Ob eine erneute Hypnose funktioniert, bitte. Jawohl. Gut. So, dann haben wir schon mal Raichu. Jetzt, ähm... Gucke ich, was kommt. Wenn Pikachu kommt, wechsle ich... Ne, ne, ne. Wenn Pikachu kommt, lass ich's so. Nein, es kommt Elektroball. Der kann hoffentlich keinen Surfer. Deswegen wechsle ich jetzt auf... Moment, zurück. Wechsle ich jetzt auf Onyx. So, dann dürfte das Ganze auch kein Problem darstellen. Und ich dürfte Elektroball schön wegmachen. Und danach bei Pikachu, wenn's denn so kommt, guck ich noch mal. Dann geh ich noch mal auf Gengar. So, das ist schön. Das war zu erwarten. Kampf, äh, und dann... Onyx sieht so geil aus auf dem Bild, gell, so... Mit diesen Grafikfehlern. Ähm, Erdbeben, so. Jetzt dürfte das auch hinhauen. Ultraschall. Joa, naja. Stellt aber allerdings kein Problem da. Denn Erdbeben haut schon gut rein. Eine sehr effektive Attacke. Gut, alles klar. Noch einmal Erdbeben. Dann war's das mit Elektroball. So, und dann war's das auch mit Matchup. Nee, nee. Ach, ja. Das war das große Finale. Gut. Dann hat er sich wohl selbst platt gemacht. Auch nicht schlecht. Ist doch ganz hübsch. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Zählt eigentlich die Attacke, die ich jetzt eben eingegeben hab, noch für das nächste Pokémon. Ah, Voltoball. Gut, dann hab ich sowieso gewonnen. Gut, alles klar. Dann mach ich ein Erdbeben. Dann... Letztes Mal war's fieser. Da hatte ich einfach nur Pesch, dass er Pikachu und Reichu nimmt, der blöde Sack. Alter. Na ja. Wie kommt denn das? Genau auf die Spannung. So, und... Ah, fast. Na gut, egal. Den Kampf hab ich gewonnen. Ah, sehr erleichternd, ehrlich gesagt. Sehr, sehr, sehr erleichternd. Ah, Mann. Das ist schön. So, Erdbeben. Dann war's das mit Voltoball. Und der Kampf gegen Major Bob ist gewonnen. Jawohl. Jetzt bekomme ich den nächsten Schlüssel für die nächste Arena. Das war's. Ja. Rebel Bandits. So gefällt mir das. Oh, nichts sieht einfach geil aus. So, Major Bob. Der Sack, ehrlich. So ein Sack. So ein Sack. Der ist dreckig. Der ist ein Dreck so, der Wichser. Der ist ein Dreck so. Jo, geschafft. Erika, das war die Pflanzen-Pokémon-Trainerin. So. Aber die kommt wie immer beim nächsten Mal. Ciao.